Ja, neue Aufnahme, neues Glück. Willkommen zurück zu Minecraft. Heute weiß ich jetzt gar nicht genau, was wir alles noch machen wollen. Das ist jetzt eher eine Spontanaufnahme wieder. Tatsächlich auch wieder nur eine kurze Aufnahme. Ich hatte eigentlich vor, den Keller hier jetzt endlich anzufangen. Ich weiß jetzt allerdings nur nicht, ob wir erstens Besuch haben. Besuch haben wir noch, ne? Der ist auch grün, aber nicht grün und zischend. Was wollte ich noch machen? Die Brücke, glaube ich. Da wollte ich noch einmal was nachschauen. Ich bin mir nämlich nicht mehr ganz genau sicher, wie weit wir da waren. Ich meine, sie war so... Aua! Penner! Das ist ein... So, das ist doof, dass ich den jetzt nicht mehr bekommen habe. Bogen, Knochen, Pfeile. Ja, ist okay. Wie sehen wir aus? Da muss ich irgendwie das ein bisschen verwirren. Na gut, ein paar Spritzen im Arm. Das ist jetzt nichts Besonderes. Die Brücke war soweit fertig. Genau, das sieht ein bisschen komisch aus. Aber ich lasse es trotzdem. Wenn man so guckt, fällt das nicht direkt auf. Da sollte so ein bisschen dieses, ich sag mal... Ja, ich kenne es jetzt von den Nordsee so ein bisschen mit diesen Ketten, die dann so an den Brücken... Oder überhaupt an so einem Geländer sind. Das mit dem Glas fand ich jetzt... Ich wusste gar nicht, dass es funktioniert. Das sollte jetzt auch vielleicht so ein bisschen Optik reinbringen. Dann ist es eine moderne Brücke. Ist ja jetzt egal. Ist ja nichts Schlimmes. Ähm, der Boden bleibt so. Ich weiß gar nicht, was können wir denn noch? Hier ist großartig machen. Also in den Keller wollte ich... Die Brücke ist dann wirklich fertig, ne? Die hatten wir auch hier komplett, ja. Die war komplett hier fertig. Dann gehen wir einfach mal an den Keller. Ich wollte... Auch so ein bisschen, was ich jetzt schade finde, weil ich daran nicht gedacht habe. Ähm, das soll ja hier so Wohnkomplex sein und hier kann man ja noch runterschauen und alles. Ähm, ja gut, wo man Küche und alles hin macht. Also theoretisch wäre es ja nur hier möglich. Hier vorne ist so lala, muss jetzt irgendwie nicht. Finde ich auch nicht schön. Dann können wir es eher hier vorne irgendwo machen. Ich pappe das eben. Äh, Knochen war ja stimmt. Knochen war ja hier. Dann, dass wir den Keller einfach ein bisschen... Ja, ich sag mal modernisieren. Also praktisch als Wohnkomplex auch noch nehmen. Oder nutzen. Dann haben wir hier wirklich nur Schlafzimmer und runter geht es dann so zur Küche, was weiß ich, nicht alles. Aber da müssen wir halt wieder Holzhacken gehen. Da habe ich auch jetzt gerade nicht wirklich Lust. So, das ist... Ähm... Ja, das ist wunderbar, echt. So, theoretisch müsste es dann jetzt hier anfangen. Die Stufen können weg. So, das ist jetzt hier ein Nachteil. Hm. Ja, das ist halt jetzt wirklich ein Nachteil. Also, wir müssen Holz haben. Ähm... Sitzlinge hatten wir. So, die Hundis lasse ich hier. Die möchte ich nicht dabei haben. Nachher passiert noch was. Dann können wir das als Wohnkomplexen sind. Außerdem wollten wir ja auch noch so einen... Ich sag mal unterirdischen Garten... Machen. So, aua. Das tat jetzt weh. Ach, auf erst mal einen Kuchen. Nein, das ist so. Ich wollte jetzt gar nicht mehr. So. Theoretisch müsste der jetzt weggehen. Das gleiche auch hier. Das gleiche auch hier. Ja, dann... Geht das jetzt alles so langsam weg. Können wir uns hier Bäume schnappen. Ich weiß nur nicht, ob die jetzt verbunden... Ja, da wird... Ich wette, die sind so verbunden. Kann man... Nein, keine Schaufel. Dann können wir den so nehmen. Wir haben schon mal 17 Holz. Ist schon mal etwas. Möchte ich jetzt auch nicht schlecht reden. Finde ich gut. Schon mal ein bisschen was. Dann würde ich hier halt gerne... Die Bäume alle haben. Ja, das ist gut. Jetzt mit dem Regen, das ist... Ja. Sehr, sehr gut. Echt. Und so. Ähm... Komm. Und so ist das dann auch noch weg. Gehen wir das hier mit. Jetzt ist die Frage. Okay, das ist... Also immer noch Bier gehört hier. Erwächst. Dann müsste das ja so... Ich weiß nicht, ob das auch noch dazu gehört. So, dann müsste der Bereich nämlich verschwinden. So, dann mache ich das hier auch weg. Dann kommen die zwei Bäume auch noch mit. So, die müssten... Die dürften nicht verbunden sein. Dann ist alles gut. Wir haben 34 Holz. Könnte für den Anfang reichen. Dann mache ich das weg, das weg, das weg, das weg. Das sieht auch christlich aus, wenn wir so einen Baum hier stehen haben. Ja, komm, die lasse ich. 38 Holz ist okay. Na, komm. So ein bisschen, das ist das mal so. Na, komm. So, das lassen wir. Hier, glaube ich, das habe ich ja noch zusätzlich gebaut. Finde ich einfach mal, weil es echt schäbig aussieht. Dann bin ich hier schon mal raufgekommen. Das ist gut. Sonne geht unter. Ist jetzt nicht so gut, aber... Gut, wir lassen es einfach mal. Auf 30 gehen wir runter. Da haben wir 36. War hier eigentlich noch was drin? Nö. Acht Stufen könnten reichen. Ich glaube, so müssen wir das machen, ne? Dann hätten wir eine Stufe übrig. Dann kommt hier Holz hin. Gucken, stelle ich mal beiseite. Ja, dann können wir nämlich... Können wir es nämlich so machen. Dann hauen wir hier die Wände raus. Und hier muss ich aufpassen, hier kriege ich mir dann ja Holz hin. Also so ein Stamm. Theoretisch kommt hier auch ein Stamm hin, wenn ich mir das jetzt gerade so anschaue. Soll ich den durchgehen lassen? Soll ich den durchgehen lassen? Soll ich ihn durchgehen lassen? Ne, ich will da so ein bisschen Ressourcen sparen. Wir packen, wir packen es so hin, ist ja egal. Das könnten wir allerdings, anstatt eine Treppe hier runter zu machen, eine, das wäre auch interessant, einfach eine Leiter hier so runter machen. Ja, auf dieser Höhe sind einfach eine Leiter, ja, gucken wir mal, ist ja, ist ja egal, was ich jetzt erst mal machen. Ja, definitiv bräuchten wir noch andere Treppen, nicht leitere Treppen. Boah, wisst ihr was, ich gehe schlafen, weil mich das mit dem, äh, Regen gerade nervt. So. Ach ja. So, dann haben wir hier definitiv eine zweite Treppe und die würde bleiben. Das würde bleiben, ja. Das würde ich noch einmal wissen. So. Hier ist nichts drunter. Okay, gut. Hat sich die Frage auch erübrigt. Jetzt würde ich es so machen. Genau. Was wir hier dann auf jeden Fall... So. Machen wir uns hier so einen Holzboden hin. Äh, hier dann... Ja. Das hätte ja dranbleiben können, theoretisch. Ah, okay, dann macht er das also so. Das ist interessant irgendwie, ich habe noch nie so gebaut. Oh ne, warte mal, der muss bleiben. Das ist ja praktisch... Die Wand hiervon. Die sollte bleiben. Wenn wir hier vielleicht noch akzentmäßig so einen Baumstamm hinmachen. So. So, so, so. Dann so. Dann wird der ja dicht. So, hier wäre der Keller dann. Also Lagerraumkeller dann. Sollen die hier auch hin? Ich idiote, äh, also... Weiß ich nicht, ob wir das so machen. Wäre interessant, auf jeden Fall. Können wir erstmal so lassen. Ja, ich finde das sehr, 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 sehr. Einfach, weil wir dabei sind. Ich habe ja schließlich gesagt, das ist dann so für die Bilder gerade. Ja komm, machen wir so. Ist ja egal, machen wir so. Dann geht es hier runter Richtung Küche zum Teil auch. Und noch weiter runter dann zu unserem Garten. Das sage ich jetzt einfach mal vorsichtig zu unserem kleinen Anbau. Das hier unten finde ich halt echt schon, das sollte nur schön aussehen. Also ich weiß nicht, wo wir es sonst hin machen. Ich meine, da ist der Steg mit dem Boot und so. Aber hier finde ich... Ich möchte es nicht hier hin machen, weil... Es nimmt irgendwie so... Ich sag mal, was von der... schon mal sechs Kürbissamen. Boah, ich weiß halt nicht, wo wir es hin machen sollten. So als Garten. Jetzt würde ich ja... Tatsächlich sagen, hier hinten... Wo die ganzen Viecher jetzt gerade sind. Also unsere Tiere jetzt. In dem Fall. Oh nein, nein, nein. Ich habe es ja bewusst... Bewusst dunkel gelassen. Ich hätte jetzt gesagt tatsächlich, wenn wir hier runter gehen, einfach hier so hin. Es wäre möglich. Wir könnten es sehen. Wir haben es in der Nähe. Und wir brauchen ja auch nicht allzu viel. Oh, ich weiß nicht. Hm. Hm. Hier vorne weiß ich nicht, wo wir... Also hier vorne irgendwie nicht. Also hier so der Weg soll halt hier sein und... Oder die Brücke, das hier will ich alles... Außer das hier, da würde ich gerne alles so lassen. Also ich... Hier... Hier nicht... Irgendwie... Komm, ich erst mal wieder so ein Schleppchen. Wenn dann wirklich vielleicht da drüben. Einfach. Hat man hier, wenn man hier so runter gehen will. Eine relativ gute Aussicht. Man kommt drüber. Weiß nicht. Können wir vielleicht so machen. Ups. Komm. Bis jetzt sind wir erstmal so gut versorgt, dass wir da gar nicht... gar nichts brauchen. Na komm. Na komm. So. Das ist unfassbar, sonst hat das immer... Sonst bist du aus Versehen immer nur gesprungen. Und... So. So. Ich packe die mal hier hin, weil da brauchen wir die ja gar nicht mehr. Ich weiß nicht, ob die so auch wächst. Ob es so wächst, weiß ich jetzt nicht. Schauen wir mal. Ich hoffe, mit dem... Mit dem... Licht wird das was. Dass das dann noch grün wird. Dann gehen wir wieder hier hin. Machen wir dann mal unseren Küchenkeller. Wohnzimmerraum. Pferd. Die... Ach guck mal, die ist gewachsen. Ähm... Bäume, Kürbiskerne. So. Kisten haben wir ja, glaube ich, gar keine mehr. Türen wären interessant, aber Türen... Weiß ich nicht, ob wir hier Lagerraum, Tür... Können wir... Fürs Erste können wir es machen. Ist die Tür erstens weg? Bilder lasse ich jetzt mal da. Ist die Tür erstens weg? So, das sieht... Interessant aus. Die Frage ist halt auch nur, bis wohin kommen wir. Also... Ach, guck mal. Warte mal, guck mal. Dann ist das... Ist das nicht die Höhle sogar? Ja, super. Hm, der wollte ich jetzt schön daneben, tatsächlich. Dann wissen wir ja ungefähr, bis wohin wir können. Und im Notfall machen wir das hier halt alles dicht. Ist ja auch kein Problem. Aber das ist gut, dann habe ich weniger zum... Also hier... Also hier... Ist ja auch nicht... Okay.